Die bosnisch-herzegowinische Nationalmannschaft ist die offizielle Auswahl des Nationalen Fußballverbandes von Bosnien und Herzegowina. Der NFSBIH wurde 1908 zum ersten Mal gegründet. Der Verband ging 1919 im Jugoslawischen Fußballverband auf und wurde 1992 wieder gegründet. Er gehört seit 1996 der FIFA und seit 1998 der UEFA an. Geschichte 1905 brachten bosnische Studenten aus Wien das Fußballspiel nach Bosnien-Herzegowina. Von der Stadt Musta aus breitete sich der Fußballsport schnell in der gesamten Region aus und gewann an großer Beliebtheit. 1907 wurde ein Fußballspiel zwischen einer Mannschaft aus Splitt und einer aus Musta ausgetragen, welches das erste Spiel einer bosnischen Mannschaft darstellt. 1908 wurde der erste Bosnische Fußballverband gegründet. Zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs existierten in Bosnien-Herzegowina über 70 eingetragene Fußballvereine. Da viele Spieler in den Rängen der österreich-ungarischen Armee in den Krieg zogen, kam der Spielbetrieb zum Erliegen. Nach dem Ersten Weltkrieg spaltete sich Bosnien-Herzegowina von Österreich-Ungarn ab und trat dem neu gegründeten Königreich der Serben, Kroaten und Slowen bei. Im Jahr darauf wurde der Jugoslawische Fußballverband gegründet, der Bosnische Fußballverband ihm eingegliedert. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Profifußball in Jugoslawien eingeführt. 1950 und 1954 wurden keine bosnischen Spieler für die jugoslawische Nationalmannschaft nominiert. Der Nationale Verband organisierte daraufhin eine eigene Nationalmannschaft und richtete Freundschaftsspiele aus, unter anderem 1955 gegen China, wo man 6 zu 0 gewann. Erst ab 1958 wurden häufiger bosnische Spieler in die jugoslawische Nationalmannschaft berufen. Die behelfsmäßige bosnische Nationalmannschaft wurde Obsule. 1990 führte der Bosnier-Ivika Osim die jugoslawische Nationalmannschaft bei der WM in Italien bis zum Viertelfinale, bei der man erst im Elfmeterschießen gegen Weltmeister Argentinien ausschied. Ivika Osim trat nach Ausbruch der Jugoslawien-Kriege von seinem Amt als Teamchef zurück. Der jugoslawischen Nationalmannschaft wurde kurz vor der EM in Schweden 1992 die Teilnahme verwehrt. Dies ermöglichte dem späteren Europameister Dänemark die Teilnahme am Wettbewerb. Der Bosnische Fußballverband wurde 1992 nach der Abspaltung von Jugoslawien neu gegründet und nahm mit einer B-Mannschaft am Mediterran Cup. 1993 in Frankreich teil. Dort bestritt sie ihr erstes Spiel gegen Algerien, welches mit einem 1 zu 1 endete. Ein anderes Spiel im selben Turnier verlor man mit 3 zu 1 gegen Griechenland. Auch andere Freundschaftsspiele wurden ausgespielt, wie beispielsweise gegen Fortuna Düsseldorf im August 1993. Im Jahre 1994 bemühte sich Bosnien-Herzegowina um den Eintritt in die FIFA. Doch bei der Konferenz in Chicago wurde aufgrund der politischen Lage gegen einen Beitritt gestimmt. Das erste Länderspiel bestritt die Nationalmannschaft daher erst 1995 gegen Albanien. Man reiste mit nur zwölf Spielern an und spielte in ausgeliehener Ausrüstung. Das Spiel ging mit 0 zu 2 verloren. 1996 wurde der Verband einen Tag vor der Weltmeisterschaftsqualifikation Auslosung in die FIFA aufgenommen, wodurch er noch in den Lostop gelangte. Die Gegner in der Qualifikationsgruppe lauteten Dänemark, Kroatien, Slowenien und Griechenland. Ihr erstes Pflichtspiel bestritten die Bosnier im Rahmen der Qualifikation zur Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 1998 am 1. September 1996 gegen Griechenland. Der erste Sieg in einem offiziellen Länderspiel gelang am 6. November 1996 in einem Freundschaftsspiel gegen Italien im Asim Fahatovic-Hase-Stadion. In diesem Spiel fiel auch das erste Länderspiel-Tor für Bosnien-Herzegowina durch den damals 19-jährigen Hasan Selihamidzic. Nur vier Tage später gab es beim 2 zu 1 in Ljubljana gegen Slowenien auch den ersten Pflichtspiel-Sieg. Die FIFA wollte, dass Bosnien-Herzegowina seine Heimspiele aus Sicherheitsgründen in Bologna austrägt. Das erste Spiel gegen Kroatien fand auch auf italienischem Boden statt, doch nach Verbandsprotesten nahm die FIFA ihre Forderungen zurück. Bosnien-Herzegowina gewann dann in Sarajevo gegen Ex-Europameister Dänemark mit 3 zu 0. Das erste Spiel auf einem anderen Kontinent fand am 18. Dezember 1996 in Manaus statt, wo man gegen Brasilien mit 0 zu 1 verlor. 1997 nahm die Mannschaft aus Bosnien-Herzegowina in Malaysia am Dunhill Cup teil, bei welchem sie den zweiten Platz erreichte. 1998 bestritt man ein Freundschaftsspiel gegen ein FIFA-Allstar-Team in Sarajevo. Anlass hierfür waren einerseits der UEFA Beitritt und andererseits der 90. Geburtstag des Bosnischen Fußballverbandes. 2001 fanden drei Turniere mit bosnischer Beteiligung in Indien, Malaysia und Iran statt. Das Turnier in Indien wurde gewonnen. Beim Turnier in Malaysia traf man im Finale auf die Bundesrepublik Jugoslawien und verlor. In Iran aber wurde die Bundesrepublik Jugoslawien im Halbfinale geschlagen, das Finale gegen Iran wurde aber verloren. Die Nationalmannschaft von Bosnien und Herzegowina war in der Qualifikation zur Europameisterschaft 2004 erstmals nah dran, sich für ein großes Turnier zu qualifizieren. Die Mannschaft besiegte in der Qualifikation Norwegen sowie Luxemburg mit 1 zu 0 bzw. 2 zu 0 und Dänemark konnte in Kopenhagen mit 2 zu 0 geschlagen werden. Erst am letzten Spieltag wurde das Ziel Euro 2004 verpasst. An jenem Tag hätte gegen Dänemark ein Sieg sogar zum Gruppensieg gereicht. Das Endergebnis von 1 zu 1 reichte nicht einmal für die Playoffs. Erneut stärker als erwartet spielte Bosnien und Herzegowina in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2006. Unter anderem spielte die Auswahl zweimal unentschieden gegen das stärker eingeschätzte Spanien und landete am Ende unter anderem vor Belgien. Wiederum verfehlte das Team am letzten Spieltag bei der 0 zu 1 Niederlage gegen Serbien Montenegro die Qualifikation. Viele Spieler waren der Meinung, dass bei der Nominierung weniger Wert auf die spielerischen Fähigkeiten als auf die Nationalität gelegt wurden und dass sich der Vorstand zu sehr in die Angelegenheiten des Trainers einmischte. Dies führte dazu, dass viele der Hauptkräfte die Nationalmannschaft boykottieren. Insgesamt boykottierten 2007 anfangs 13 Spieler die bosnische Nationalmannschaft. Erst wenn das komplette Vorstandsdreiergespann des bosnischen Verbandes entlassen würde und die Spieler nach Fähigkeiten nominiert würden, wollten diese Spieler wieder zurückkehren. Der Boykott bröckelte allerdings vor den zwei Qualifikationsspielen im März 2007 etwas, so dass acht von 13 Spielern überredet werden konnten, wieder für ihre Nationen aufzulaufen. Der Trainer Miho Kotro, der sein Amt am 5. Januar 2008 antrat, weigerte sich, mit der Nationalmannschaft zum Freundschaftsspiel nach Iran zu reisen, weil der Fußballverband das zuvor geplante Spiel gegen Polen absackte. Als Grund für die Absage nannte der NFSBIH, dass Albanien zufälligerweise schon ein Freundschaftsspiel mit Polen am selben Datum vereinbart hat. Der wahre Grund aber war, dass Iran dem Verband umgerechnet 100.000 Euro bot, wenn diese zu einem Freundschaftsspiel anreisen würden. Der Bosnische Fußballverband stimmte zu, doch Miho Kotro weigerte sich. Als er am 15. Mai 2008 die Liste der Spieler einreichen sollte, erschien er nicht zum Termin und der Verband setzte ihn drei Tage später vor die Tür. Daraufhin riefen viele Fanggruppen ehemalige Bosnische Fußballspieler und Fußballprofis aus Bosnien die Organisation Spassimo BH Football aus. Als am 1. Juni 2008 die Bosnische Fußballnationalmannschaft in Zeneca gegen Aserbaidschan spielte, erschienen so gut wie keine Zuschauer. Stattdessen war das Stadion in Sarajevo ausverkauft, in dem ein Freundschaftsspiel stattfand. Dieses Freundschaftsspiel hatte einen humanitären Charakter und die beiden Mannschaften hießen Kotro en Frenz und Bolik en Frenz. Bei der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika scheiterte die bosnisch-herzegowinische Fußballnationalmannschaft knapp an einer WM-Teilnahme. Während das erste Gruppenspiel gegen Spanien auswärts nur mit 0 zu 1 verloren wurde, gewann die Mannschaft das zweite Spiel gegen Estland mit einer überragenden Leistung mit 7 zu 0. Gegen die Türkei verlor die Auswahl wiederum knapp mit 1 zu 2, schlug im Heimspiel jedoch Armenien. Mit einem 4 zu 2 gegen Belgien in Genk warte die Mannschaft ihre Chance für eine Teilnahme an der WM 2010. Bosnien-Herzegowina gewann dank dreier Tore gegen Ende des Spiels. Dieses Spiel wurde zwischenzeitlich abgebrochen, da bosnische Fans Leuchtraketen auf das Spielfeld warfen. Zu Hause in Zeneca fand das Rückspiel gegen Belgien statt, das 2 zu 1 gewonnen wurde. Der Stürmer Edin Dzeko erzielte für Bosnien-Herzegowina, zwei Tore in der ersten Halbzeit, Belgien gelang in der 88. Minute der Anschlusstreffer. Armenien wurde ein zweites Mal besiegt, gegen die Türkei erzielte die Auswahl ein 1 zu 1 und Estland bezwang man ebenfalls. Beim letzten Gruppenspiel in Zeneca gegen Europameister Spanien unterlag Bosnien mit 2 zu 5. Mit 19 Punkten kam Bosnien schließlich in die Playoffs, bei der die portugiesische Nationalmannschaft der Gegner war. Dassen Spiel in Portugal endete 1 zu 0 für Portugal. Da das Rückspiel in Zeneca ebenfalls 0 zu 1 für Portugal ausging, gelang es Bosnien-Herzegowina nicht, sich für die Weltmeisterschaft in Südafrika zu qualifizieren. Edin Dzeko wurde zusammen mit Wayne Rooney nach Theophanes Gekas zweitbester europäischer Torschütze der WM-Qualifikation. Bei der Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft 2012 wurde die bosnisch-herzegowinische Fußball-Nationalmannschaft in eine Gruppe mit Frankreich, Rumänien, Albanien, Weißrussland und Luxemburg ausgelost. In dieser Gruppe erreichte die Mannschaft den zweiten Platz. Während der Gruppenphase wurde der bosnisch-herzegowinische Verband im März 2011 zeitweilig von der FIFA und UEFA suspendiert. Weil das Statut des Verbandes nicht dem der UEFA und FIFA entsprach. Hauptsächlich ging es um das dreiköpfige Verbandspräsidium, bestehend aus je einem Kroaten, Serben und Bosniaken. Die Serben und Kroaten weigerten sich das dreiköpfige Präsidium durch nur einen Präsidenten zu ersetzen. Es wurde ein sogenanntes Normalitätskomitee um Ivika Osim eingesetzt, das einen Kompromiss zu finden sollte. Ivika Osim führte Gespräche mit den Entitätsverbänden der Föderation, vor allem in den kroatisch dominierten Kantonen und der Republika SRPSK. Schließlich wurde ein Kompromiss erzielt. Es wird einen Präsidenten geben, aber im Exekutivkomitee, das 15 Mitglieder zählt, werden Entscheidungen mit einer Dreiviertelmehrheit verabschiedet. In einer Hauptversammlung des Verbandes am 29. März 2011 wurde das neue Statut einstimmig beschlossen. Danach wurde die Suspendierung aufgehoben und damit die weitere Teilnahme der Mannschaft an der Gruppenphase sichergestellt, in der man den zweiten Platz erzielte und sich somit für die Playoffs qualifizierte. Im Hinspiel der Playoffs erreichte die Mannschaft gegen Portugal ein Unentschieden, das Rückspiel am 15. November 2011 ging im Stadion Dalot in Lissabon statt mit 6 zu 2 verloren. Damit konnte die Mannschaft nicht die angestrebte Teilnahme an der EM 2012 erreichen. Am 15. Oktober 2013 konnte man sich aufgrund der besseren Torbilanz gegenüber Griechenland erstmals für eine FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft qualifizieren. Bosnien startete mit einer 1 zu 2 Niederlage gegen Argentinien. Dabei schoss Ibišević in der 85. Minute das erste WM-Tor Bosnien-Herzegowiners. Die 1 zu 0 Niederlage gegen Nigeria im zweiten Gruppenspiel besiegelte bereits das Ausscheiden Bosnien-Herzegowiners. Wobei ein regulär erzieltes Tor durch Edin Dzeko vom Schiedsrichter Peter O'O'Liri nicht gewertet wurde. Ein Foto, das O'O'Liri nach dem Spiel zeigt, wie er hämisch lachend einen nigerianischen Spieler umarmt, sorgte in Bosnien für Empörung. Im August 2013 erreichte Bosnien-Herzegowina mit Platz 13 die bisher beste Platzierung in der FIFA-Weltrangliste. Einige ältere Spieler bosnisch-herzegowinischer Herkunft spielten früher schon in der Auswahlmannschaft Jugoslawiens. Eine Auflistung siehe jugoslawische Fußball-Nationalmannschaft. Trainer Die Datumsangaben zeigen, wann die Trainer ihr erstes und ihr letztes Spiel absolvierten und nicht den Amtsan und Abtritt. Erweiterter Kader Trikots Die Fußball-Nationalmannschaft von Bosnien-Herzegowina nutzt die auf der alten bosnischen Flagge beruhenden Farben Weiß und Blau als Hauptfarben. Während die Farben der Landesflagge Blau und Gelb sind. Die bosnisch-herzegowinische Mannschaft spielte einige Zeit auch in den Farben Weiß-Gold. Zurzeit trägt die bosnische Nationalmannschaft zu Hause blau-gelbe Trikots und weiß-blaue auswärts. Stadien Die bosnische Nationalmannschaft trägt ihre Heimspiele in zwei verschiedenen Stadien in zwei unterschiedlichen Städten aus. Einmal in der Hauptstadt Sarajevo sowie in der viertgrößten Stadt des Landes in Zeneca. Das Stadion Biel in Opolje in Zeneca wurde 1972 erbaut und hat eine Kapazität von 19.000 Zuschauern. Es wird vom NK Celik Zeneca genutzt. Die bosnische Nationalmannschaft bevorzugte in den vergangenen Qualifikationsspielen meist dieses Stadion. Dort feierte die Nationalmannschaft am 10. September 2008 auch den bisher höchsten Sieg in ihrer Geschichte mit einem 7 zu 0 gegen Estland. Dieses 1923 erbaute und für die Olympischen Winterspiele 1984 umgebaute Stadion nutzte FK Sarajevo. Das Fassungsvermögen beträgt 35.000 Sitzplätze ohne Überdachung. Safed Susic debütierte als Trainer von Bosnien-Herzegowina in diesem Stadion und man gewann 2 zu 1 gegen Ghana durch Tore von Pjanic und Ibišević und Montari. Aufgrund der bestehenden Laufbahn bevorzugen die Fans und die Spieler eher Biel in Opolje wegen der Nähe zum Spielfeld. Momentan darf die Westtribüne für internationale Spiele nicht geöffnet werden, da die Sitzplätze nicht den Standards der UEFA entsprechen. Hier bereitet sich die Bosnische Nationalmannschaft meistens auf Freundschaftsspiele und Qualifikationsspiele vor. Das Stadion gehört dem Klub FK Famosa Rasnika, der in der 1. Liga der Föderation spielt. Es hat ungefähr eine Kapazität für 5.200 Zuschauer. Qualifikationsergebnisse In der Qualifikation für die WM in Brasilien traf Bosnien-Herzegowina auf Griechenland, Lettland, Lichtenstein, Litauen und die Slowakei. Am 18. November 2011 trafen sich die Verbände in Bratislava, um den Spielplan für die WM-Qualifikation auszuarbeiten. Bosnien-Herzegowina traf dabei im 1. Gruppenspiel auswärts auf Lichtenstein und beendete die Qualifikation ebenfalls auswärts in Litauen. Zafet Sozic zeigte sich zufrieden mit dem Spielplan und wollte, dass sich Bosnien den 1. Platz in der Gruppe sichert und sich somit sicher für die WM qualifiziert. Dies konnte letztendlich auch erreicht werden, womit man sich erstmals und als einziger Neuling für die WM qualifizierte. Bei der Endrunde traf die Mannschaft in der Gruppenphase auf Argentinien, den Iran und erstmals auf Nigeria. Rekordhalter Liste der am häufigsten eingesetzten Spielerstand 16. Rekordtorschützenstand 16. Rekordtorhüterstand 16. WM-Torjägerstand 26. Länderspiele Länderspiele 2013 Länderspiele 2014 Länderspiele 2015 Länderspiele gegen deutschsprachige Fußball-Nationalmannschaften 50 Länderspiele 2021 Länderspiele 17. WM-Torjägerstands 2010 Länderspiele 2015 Länderspiele eks